Mein Name ist Juliane Frankenheim und ich bin hier in der sechsten Generation als Bestattermeisterin in der Geschäftsführung tätig. Das Unternehmen gibt es seit 1872 und wir haben uns stetig weiterentwickelt. Von der Schreinerei zum Bestatter bis hin zu heute, wo wir Trauerbegleiter und Bestatter sind. Es wird natürlich häufig gefragt, was muss man mitbringen, wenn man bei uns im Unternehmen anfängt. Und es gibt tatsächlich nicht die Top 3 Dinge, die man haben muss, um hier anzufangen. Was für uns zählt, wenn wir die Bewerbungsgespräche führen, ist der Mensch, der vor uns sitzt. Und natürlich ist es schön, wenn man kaufmännische Erfahrung oder selbstverständlich auch Erfahrung schon beim Bestatter mitbringt. Was aber es im Endeffekt ausmacht, ist, dass wir hier ein Team bilden mit Menschen, die den anderen Menschen, die hier ins Haus kommen, begegnen können. Und das ist was, das kann man ganz schwer beibringen. Ich glaube, das muss man einfach von sich aus mitbringen. Der eine oder andere ist sich vielleicht unsicher, ob es der richtige Weg ist, sich bei uns zu bewerben und diese berufliche Laufbahn einzuschlagen. Und da möchte ich wirklich nur ermutigen, rufen Sie uns an, sprechen Sie gerne mit Viktoria, mit Frau Schwedeski-Müller oder mit mir. Und wir schauen, welche Rückfragen Sie haben zur Stellenausschreibung und überlegen gemeinsam, was für Sie der richtige Platz bei uns sein könnte. Der Bewerbungsprozess bei uns im Familienunternehmen sieht wie folgt aus. Wir bekommen die Bewerbungsunterlagen per E-Mail zugeschickt und melden uns dann mit einem Termin für ein persönliches Kennenlernen. Danach, wenn man einmal eine Nacht drüber geschlafen hat und sagt, ja, das kann ich mir immer noch vorstellen, weil so ein bisschen das Bauchgefühl einfach auch mitschwingt, vereinbaren wir einen Termin für ein Probearbeiten, um nicht nur Einblick in die Tätigkeit zu bekommen, sondern, was ein sehr wesentlicher Faktor ist, auch das Team hier vor Ort kennenlernen zu können. Und dann wird die finale Entscheidung getroffen und dann freuen wir uns natürlich, wenn es für beide Seiten passt.